hallo leute willkommen zu einem neuen video ja auch heute spiele ich ffa auf dem eintritt server und ich hoffe es gefällt euch und viel spaß so leute ich werde mal gezielt auf einen gehen und ihn dann versuchen auch zu töten und wieso gibt dann einfach nur angekommst ja den werde jetzt alter so ein abstauber so ein hässlicher abstauber hat mich dann auch noch getötet ja so was nennt man halt feige oder dummheit oder wie man es auch immer nennen will oder einfach nur fies ich werde jetzt mein logo nicht ausnutzen und werde mich jetzt eventuell verpissen ja gut leute ich weiß jetzt nicht wohin ich gehen soll also alles klar und ja ich werde sterben das weiß ich jetzt auch aber egal leute heute durch alle ist dass sie nicht sterben bitte trifft nicht bitte trifft mich aber das war schlecht von mir er teilt wie viel leber der ok ich bin tot das weiß ich auch doch nicht ja gut dann mit der tot ein treffer und ich bin tot richtig tot aber ja ich bin jetzt schon halt verreckt Leute ich finde ich dass das Video die ganze Zeit wegen weglaufen oder so sein wird aber wahrscheinlich wird es so sein oder doch nicht wenn es halt hier jetzt mal essen oder so gibt und tschüss und tschüss und tschüss nein gut alles klar wir gehen jetzt mal gezielt auf diese Person ich weiß nicht warum aber einfach nur so es hat nur 4 leben ok ich habe auch aber ich habe sie oder habe denjenigen bekommen dann auch noch gut so den habe ich jetzt auch getroffen ein hit mehr aber wahrscheinlich werden wir ihn nicht mehr bekommen bekommen werden ihn sowieso oder auch nicht ich glaube ich müsste jetzt mal aus der situation eigentlich rausgegangen sein müsste ich Leute aber egal hör auf zu spammen hört halt alle beide mal auf und ich weiß nicht warum ich so geflogen bin war ein bisschen seltsam mit den hits und so Alter hör auf halt rein zu spammen man dass das nein das ist scheiße wenn man sowas macht und du auch hör auf alles klar fand ich auch schon mal gut Leute dass er mich dann auch noch bekommen hat mal schauen ähm das ist halt scheiße mit diesem fokussieren der ding wegen dem shader ich glaube ich muss ihn mal raus machen aber jetzt noch nicht jetzt stirb einfach mal so den haben wir jetzt auch bekommen komm stirb so den haben wir jetzt auch bekommen klasse so das war ein bisschen merkwürdig dass er da in der luft einfach so stande nein nicht bei allen drei ja gut das hat man auch voraussehen können Leute dass ich da stürbe ähm so so wohin gehe ich jetzt auf den alter hat er gibt mir low ground hat er gehabt so ähm ich werde mich jetzt mal aus dieser situation verpissen oder ja ich möchte nichts nicht gerne die ganze verstecken so ist es ja auch macht keinen spaß er hat mich einfach noch bekommen alles klar Leute da denkt man sich nur so aber egal so den haben wir jetzt auch bekommen hättest du auch gerne ja und ich würde mich auch mal gerne verpissen ähm bitte treff mich nicht bitte treff mich einfach nicht alles klar er spammt einfach dann auch nochmal mit dem bogen und versuchen mich zu treffen wirst du aber wahrscheinlich nicht wirst du aus einem ganz bestimmten grund nicht ja weil ich mich jetzt verstecke mal schauen ähm wo man sich hier verstecken kann es gibt ja so ein ort wo man sich verstecken kann hinterm baum oder so ja und ich hoffe ich finde den baum einfach er hat acht leben es ist halt schwer ja ich würde verlieren das weiß ich auch leute aber komm yolo ja genau da hat er mich auch noch bekommen genau sowas ist halt auch asozial Leute dass man sich wenn man während man geht einfach ja auch noch ein hit kassiert ist ja auch cool Leute finde ich wenn man hier kassiert also macht der gar nichts aus also wenn man dann auch falsch anbekommen würde alter nee es ist einfach nicht euer ernst oder teamt nichts um mich zu töten teamt mich nicken alter was ist das jetzt Leute sowas ist unfair also sowas ist echt ja nicht gut finde ich auf gut deutsch gesagt aber nee sowas macht man auch nicht alles klar alles klar er gibt mir hat erstmal voll die kombo und ja dazu kann ich einfach nur sagen wegrennen und versuchen nicht vom fein getroffen zu werden aber es geht doch schon mal ganz gut so Leute ähm ich habe mich hier erstmal verspissen ja das war auch vorhersehbar Leute dass ich sterb so den habe ich noch bekommen Leute richtig cool gemacht und ja Leute das war es auch von dem Video und ich hoffe es hat euch gefallen ist Ciao Ciao Bis zum nächsten Video Haut rein